Heute mal nur eine spezielle Begrüßung einerseits. Bei diesem speziellen Let's Play sehr wenige dürfen dieses Spiel spielen und wir sind tatsächlich die Glücklichen, die dieses Spiel spielen dürfen, weil ich ein paar Spezial-Keys für dieses Spiel hier rausgehauen habe. Ich habe sechs Keys bekommen, einen habe ich für mich genommen, den Rest habe ich Freund-Matter gegeben, einmal den Soulside, dem Pixie-Gamer und den lieben Kroziaks. Der Kroziaks, der konnte kein Deutsch. Wir haben für ihn auch hin und wieder ein bisschen Englisch geredet. Die ersten paar Runden hat es bei ihm nicht funktioniert, aber wir hatten dennoch viel Spaß, bei ihm hat es auch später funktioniert. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben, diese Videos zu sehen zu diesem Spiel und ja, damit wünsche ich euch. Das Spiel ist einer ein Böser und die anderen sind Kinder. Und, ja. Und der Ziel ist, die Schlüsse zu sammeln. Wow, liegen hier viele Kürbisse. Ich will mal einen Kürbis. Ich habe eine ganz tolle Idee. Ich traue dir nicht. Ich traue dem überhaupt nicht. Und dir traue ich erst recht nicht. Hä, habe ich gerade das nicht durchgeworfen? Da ist nix. Kurze Frage. Wer ist böse? Okay, du bist böse. Ich habe einen Key gefunden. Ich versuche jetzt nur noch irgendwie rauszufinden, wie ich ihn aufhebe. Ich habe den ersten Schlüssel. Wo seid ihr, Leute? Wer ist jetzt der Nachbar? Ja, einer ist Nachbar. Ey, komm. So seid. Nein, in diesem Fehler ist es. Guck mal. Du hast vor Survival. Das ist wirklich interessant. Ich gehe ihm für Schlüsse suchen. Und das mache ich mit oder ohne euch. Hä? Irgendwer rennt. Wie rennt? Wieso? Wieso rennt? Ich höre nur, dass irgendwer das Radar benutzt. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir mein Leben an. Und genau in dem Moment stellt dich raus, du bist der Nachbar. Nebenbei, Leute. der Wollste, der hat einen Radius. Das ist ein Schlange aufgefallen. Nee, das ging jetzt an die Zuschauer. Das ist super. Du öffnest die, die ich öffnen will. Ich habe nicht. Du bist der Hund. Das war noch. Du bist der Hund. Du bist der Hund. Kannst dir gleich meinem Hund vorbeibringen. Ja, mach mit. Oh, hi, Pixel. Du bist heute sehr anhänglich. Findest du auch keine Schlüssel? Ich helfe es nicht, aber ich kann sie nicht nehmen. Nee, du kannst sie nicht nehmen. Ich glaube, ich bin zu klein. Wie zu klein? Dann wachse. Komm hier oben ins Gewächshaus, da kannst du wachsen lernen. Ich finde einfach nichts. Ich bin ja fein. Du bist eindeutig der Nachbar. Wieso kann ich dich nicht abwerfen? Muss ich dafür weiter wegstehen? Friss! Ich vertraue dir nicht. Da, geh weg. Ich vertraue dir nicht. Ich bleib draußen. Nein, geh weg. Ich will dich nicht. Ich werfe dir eine Kiste an den Kopf. Ich habe einen Key gefunden. Hilfe! 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 Mann, ich bin schon tot. Ja, und der Kro zeigt, sie ist eingeeist. Ja, ich hinterfrag mal beim Kurzjax jetzt, warum er die ganze Zeit in der Luft schwebt. Ihr könnt ja so lange mal den Pixie-Gamer zusehen, wie ihr hier alle durchschwebt. Ich wusste, dass er es ist. Ich hab's euch gesagt. Ich werde dir mit meiner Gedankenkraft vermitteln, wer es ist. Lauf, so ist ein Lauf. Es ist ein Pixel. Lauf, lauf einfach. Lauf um dein kleines Leben. Du bist nur ein Kind. Hat sich schon mit nem Hammer bewaffnet, um ihm so nur da in den drüber zu hauen. Hm. Der Zoosal muss seine Sache nur richtig machen. Er muss nur die Schlüsse finden. Komm, du kannst das schaffen. Glaub an dich. Alles hängt von dir ab. Ich hätte dem Zoosal vertrauen müssen. Ich habe dem Pixel vertraut. Das war ein Fehler. Da steckt sie schon auf dem Klo. Oh, er hat Kroziaks. Aber er kann ihn nicht töten. Das ist irgendwo witzig. Ich glaube, der Kroziaks ist verbuggt. Okay, Kroziaks ist raus. Das hängt alles von Zoosal ab. Hätte er doch mich nur gehört. Komm, du musst es schaffen. Ich glaube an dich. Du kannst dem Pixie-Gamer entkommen. Er ist wie dein Kind. Lauf. Komm. Lauf um dein kleines Leben. Und nimm die ganzen Kürbisse mit. Die sind sehr lecker. Die sind sehr lecker zu dieser Jahreszeit. Was zum... Er kann Käfige spawnen. Ey, was sind die alle so still. Rennen. Nrw deinen Hintern. Das war eine kurze Runde. Das war eine kurze Runde. Rennen. Wer ist denn die Runde? Ich hab die Tür nicht mehr gefunden. Ich hab die Tür nicht mehr gefunden. Ich bin voll verrückt, ich wusste nicht, dass man sich so Ich dachte, man sieht immer als Nachbar aus oder so Nein, der kann sich als Kind tarnen Das war es auf jeden Fall schon wieder mit dieser Folge Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Like und ein Abo da Über einen Kommentar freue ich mich jedes Mal Ich höre gerne, was ihr zu sagen habt Und damit sehen wir uns beim nächsten Video